...ockig. Na ja und. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien. Jetzt müssen wir zum Kerker auf den Esel im Retter zu befreien.